hallo liebe leute und herzlich willkommen zum neuen video von metro exodus wir haben hier gerade dieses lager von diesen komischen waldläufern waldleutschen waldmenschen kanal hinterwäldnern hat gemacht und die ist ein boot 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 ich glaube ich komme ein ähnliches das ist die kirche ne da komme ich doch gar nicht weg aber jetzt noch muss ich so habe ich dann am bus ich dann am arzt Oh, die Notiz nehmen. So, alter Fatal, was das ungewohnt immer, wenn man so Apex spielt und so, ist die Steuerung ein bisschen angenehmer und einfacher und leichter, also leichter, soll ich da jetzt wieder dummig Ich will bestimmt hier wohl nicht hier klettern. Nee, Druck. Oh, da kann man nicht zoomen oder sowas. Ich klicke jetzt da oben, aber wie komme ich da hoch? Bin ich hier überhaupt lang gelaufen? Ich muss doch eh da, ey, ist doof. Ey, ich hab irgendwie jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang gelaufen bin. Oh, lass mich doch. Ach so. Boah, hey, bleibt da auch echt bei jedem Müll hängen. Ich hab ja neuer das Banditenlager. Stimmt, ich hab ja die Banditenkalt gemacht. Hä? Nee. Verdammt der Gollum, warum komm ich jetzt zu dämmen Kiechen, man? Boah. Oh, da muss ich da echt komplett am Rund dran. Das wäre jetzt schon ganz schön mies. Da hängt ne Leiter. Wie komm ich da hin? Beziehungsweise, wie muss ich da hin? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh, da war noch was. Na, 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 na. Ah, das sieht auch gut aus hier. und das wollen wir ja nicht cool 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 oh ja 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 da wahrscheinlich attackiert oder ich hätte sich in schlacht hm ich kann ich da auch schon ein paar teilen ähm ähm ich hab das hier nicht jetzt nein 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 jetzt hab ich gegen die Kämpfe noch oh tschüss tschüss bischen Sack guap bischen Sack Wie, was? Wow! Let's go! Let's go! Ja, da war schon alles wegrasiert hier. Ja, da war schon alles wegraschiert 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 hier. Was ist das? Was war das denn jetzt? Meine Herren, der hat mich aber auch... Ja, da war schon... ... 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 ich jetzt nicht hab stehen bleiben streuner so sehen wir uns also wieder ich wette allerdings dass du nicht mehr weißt wer dich aus dem wasser gefischt hat ich heiße im übrigen olga was du das etwa der gegen den gebieter des waldes gekämpft hat wahnsinn unsere jäger haben sich schon seit jahren von ihm fern gehalten verdammt entschuldigung lehrmeister das schloss ist völlig verrostet dein freund aljoscha ist bereits am damm er sagte euer oberst würde nicht warten du hast also nicht viel zeit tut mir leid ich kann dich nicht dorthin bringen bei der heutigen ratssitzung haben die piraten beschlossen euren zug anzugreifen dabei durften sie den rat ohne mich nicht einmal einberufen und jetzt liegt es mal wieder an mir das zu regeln aber ich habe noch ein paar minuten um dir den weg zu erklären du brauchst dein boot um zum damm zu kommen und unsere piraten haben alle boote in ihrem sumpflager sie geben nur ungern etwas her allerdings ist das auch kein grund anzugreifen niemand möchte das blut vergossen wird bleib also einfach aus der warte nimm die straße zur barrikade geh weiter bis zum sumpf und such die anlegestelle dort hatten aljoscha und ich das boot genommen möge der lehrmeister es mir verzeihen ein paar liegen da noch aber sei vorsichtig also gut streuner pass auf dich auf ich hoffe sehr es war kein fehler euch zu helfen bestell aljoscha einen gruß von mir ich bleibe noch etwas hier um mich um das grab des lehrmeisters zu kümmern du möchtest dich etwas ausruhen bevor du los ziehst eine gute idee und ich komme hier gedanklich nicht weiter kaum hatte der gebieter beschlossen die umgebung hier heim zu suchen kamen keine leute mehr her der lehrmeister hat uns alle groß gezogen hat uns beigebracht wie man im wald überlebt ohne ihn wären wir schon längst alle tot die mädchen kommen also täglich her die jungs kommen auch manchmal sogar roman kommt zu besuch obwohl der lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist die meisten von uns gingen den fluss entlang und nur wenige waren zum wachdienst im lager geblieben als wir zurück kamen war das lager von banditen überfallen worden der gedanke an den anblick tut noch immer weh ich kann das gar nicht in worte fassen als wir und die jüngere gruppe aufhörten zu heulen begann der lehrmeister die gräber ganz alleine zu graben von den älteren jungs war nichts zu sehen also halfen wir dem lehrmeister unsere leute zu beerdigen es war schon dunkel als die jungs zurück kamen und sich ans lagerfeuer setzten roman war so blutverschmiert dass man nur noch seine augen und zähne erkennen konnte dann fingen sie an zu reden den spuren zu folgen war einfach gewesen die banditen hatten sie nicht einmal verwischt und so hatten die jungs einfach abgewartet bis sie alle betrunken in ihrem lager saßen und sie dann mit ihren bürgen erschossen anschließend hatte roman die verwundeten erstochen als seien sie nur rot wild der lehrmeister saß einfach nur da und hörte zu ich weiß noch genau wie sein kind zitterte und er sagte nichts gar nichts sie verstanden trotzdem was er dachte am nächsten morgen war er gegangen zu dieser kirche zuerst wollte er mit niemandem sprechen aber wir mädchen sahen immer wieder nach ihm um ihn bären zu bringen oder ihn um rat zu bitten nach und nach sprach er dann doch mit uns trotzdem war er anders so distanziert mit den älteren jungen sprach er nie wieder er beantwortete allerdings ihre briefe und uns übrigen die wir ihn weiterhin besuchten sagte er immer dass wir ihr gewissen sein müssten dass wir sie davon abhalten müssten zu monstern zu werden aber wie soll man so etwas machen und das war noch nicht alles sie begannen sich piraten zu nennen und machten die überflutete sägemühle zu ihrem hauptquartier dann fing sie an banditen an pfähle zu hängen eines tages erwischten sie etwa zehn banditen lebendig und benutzten sie um die jungs einer prüfung zu unterziehen sie sollten die mistkerle töten von unseren jungs machte das keiner daher wurden sie als feiglinge bezeichnet und verbannt und so bildete sich natürlich haben sich inzwischen alle etwas beruhigt immerhin sprechen sie wieder miteinander aber damals konnten nur juda und ich bei den ratsversammlungen für den lehrmeister sprechen letzten endes hielt nur juda und ein paar jungs ist einfach nicht mehr aus und ging ob sie wohl einen besseren ort gefunden haben ich hoffe immer noch funksignale von ihnen zu empfangen der lehrmeister hatte auch hoffnung aber diese hoffnung hielt nicht lange vor im juli ging sie und im september erschoss er sich selbst roman schien davon erfahren zu haben er wurde ruhiger und einige der älteren jungs liefen zu den pionieren über das wichtigste ist immerhin dass wir zusammenhalten und somit somit habe ich eine wichtige stimme beim rat denn ich kann sie vermöbeln wenn sie nicht hören und das nicht nur weil sie keine mädchen schlagen sollen ich rede hier von einem fairen kampf und nur ein einziges mal habe ich einen fairen kampf verloren gegen roman und selbst dabei habe ich ihm ein blaues auge verpasst dass er eine woche zur schau tragen musste das hat mir seinen respekt eingebracht den meisten ärger hatte ich mit dem admiral er war romans rechte hand verließ die sägemühle unter keinen umständen er sagte immer dass wir sie verteidigen müssten wenn die mutanten nicht das ganze tal auffressen sollen aber die strahlungswerte stiegen dort immer weiter an roman überprüfte es höchst persönlich mit seinem geiger zähler bei einer ratsversammlung ließen roman und unsere ausbilder dann alle gegen den admiral abstimmen daraufhin bauten die piraten am ufer eine neue festung die zum wohnen reichte der admiral wollte davon nichts hören also blieben er und seine loyalsten lakaien in der mühle seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört die strahlung ist wirklich ernst zu nehmen der lehrmeister hat uns nicht umsonst davor gewarnt und da der admiral nun weg ist gibt es niemanden mehr der es wagt sich im rat gegen mich zu stellen ich werde sie heute abend an die leine legen keine sorge ich brauche nur etwas zeit meine gedanken zu sammeln politik ist wirklich nicht meine welt du kannst dir gerne das tagebuch des lehrmeisters anhören er hat alles aufgezeichnet als ob er es geahnt hätte ja ich habe es vermutlich alles schon hundertmal gehört aber trotzdem wir haben ihn im stich gelassen und wie das funkgerät schweigt ein positives ziel zu geben sie aus dieser sackgasse im wald zu führen war ein totaler fehlschlag was habe ich falsch gemacht wie konnten diese großartigen talentierten aktiven mutigen ehrlichen und freundlichen kinder die aktiv gerechtigkeit forderten zu solchen monstern werden klar ich bin kein pestalozzi aber ich habe alles getan und sogar noch mehr ich habe ihnen meine seele gegeben mein leben und zu was hat das geführt zu einer abgeschotteten gesellschaft die nur stärke respektiert und nicht weniger grausam ist als die banditen die sie bekämpft ja einige von ihnen haben sich ihre reinheit bewahrt den schlechten einfluss abgetan und sind letztendlich gegangen ich habe ihnen alles gegeben was ich hatte und es waren nur so wenige die meisten haben sich geändert könnte es sein dass die menschheit in dieser welt in der selbst die harmlosesten sich in albtraumhafte freaks verwandeln einfach keine zukunft hat worauf kann man da noch hoffen was bringt es überhaupt noch darüber nachzudenken zu denken nukidoki doch bei der ratssitzung heute abend werde ich alle daran erinnern was der lehrmeister am ende gedacht hat denen werde ich gründlich den marsch blasen hat der lehrmeister uns alle gerettet damit wir nur leute angreifen uns zu verteidigen ist eine sache aber selbst können sie nicht leugnen und wir werden uns zurück halten müssen diese piraten ach jungs doch genug gelabert aber jetzt hm 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 ja Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, bis dahin und tschönen Mütü. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder ein Kommentar da. Vergesst nicht mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis dahin.